Servus. Ich bin der Basti. Ich bin ein erfolgreicher Unternehmer. Nur eine Wurst pro Person. Warum? Weil ich nicht will, dass meine Fahrer fett werden. Ein Genießer. Was ist denn das für Bier? Das ist ein Weißbier, Champagnergärung in einer 03er Flasche. Und auch sonst. Wollen wir nicht ins Bett, Basti? Passt schon alles so weit. Von mir aus könnte das Leben immer so weitergehen. Wer bist denn du? Erinnerst du dich nicht mehr an Vanessa aus Bitterfeld? Vor 18 Jahren war sie in München auf Klassenfahrt. Ich bin deine Tochter. Also das ist die Dina aus Bitterfeld. Der da ist mein Vater. Ich bin seine Tochter. Das ist mein Sohn Paul. Der müsste sein Opa. Also das war jetzt kurz gesagt scheiße. Aber das war erst der Anfang. Wenn du keine Unterhaltsklage am Hals haben willst, gibst du, Dina, sagen wir mal 15.000. 15.000? Boris Becker hat für seine Tochter eine Million bezahlt. Aber dafür muss der jetzt auch Baumarktwerbung machen. Kannst du mir vielleicht mal verraten, wie ich das Nektarius beibringen soll, dass er mit einem Urgroßvater in die Kiste geht? Mein Opa ist eine Schwuchtel. Das hört er gar nicht gern. Was, Schwuchtel? Ne, Opa. Na, geht heute Abend noch ein bisschen schwufen? Ja, auch Paul, passt du mit auf. Saubere Fläschchen sind in der Küche. Milch, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und was ist, wenn er schreit? Dann gibst du ihn in die Brust. Tschüss. Das ist dein eigenes Fläschchen Blut. Das ist das Größte, was einem überhaupt passieren kann. Du hast nie von dir gewusst. Natürlich hab ich von dir gewusst. Du musst das auch mal nicht sagen. Ich tät am liebsten die Zeit zurückdrehen, aber das kann ich nicht. Immerhin ist dein Vater. Jetzt mach's mal nicht so spannend, Papi. Nenn mich bitte nicht, Papi. Abonnieren.